Hallo meine Lieben, ich bin Adel der Reisende und ich lebe in meinem Camper mit meinen zwei lieben Hunden Gotti und Buddy. Ja, wir sind im wunderschönen Kreta und ja, heute in dem Video erzähle ich über den Ausstieg aus der 3D-Matrix, was ich bisher gemacht habe und was ich noch machen werde und was ich euch rate zu tun. Wenn ihr da auch nicht mehr mitmachen wollt. Also ich mache da nicht mehr mit, es geht turbulent zu und es wird immer verrückter, aber es ist Zeit für unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche einzustehen. Okay, hier starten wir und jetzt laufen wir hier mal ein bisschen landeinwärts diesmal. Da ist es nicht so windig und ein richtig schönes Flussbett, das jetzt trocken ist natürlich. Hier gibt es nicht so viele Flussbetten mit Wasser leider mehr. Ja, also warum überhaupt aussteigen? Also was heißt denn jetzt aussteigen? Nicht jeder muss quasi so aussteigen wie ich. Ich möchte hier in dem Video auch nur inspirieren. Jeder kann für sich sein eigenes Puzzleteil an Inspiration rauspicken, was für ihn gerade stimmig ist oder stimmt und was für ihn passt und auch möglich ist. Also für die nächsten Schritte, sage ich mal. Ja, warum aussteigen? Also meine Logik ist, wenn du nicht aus der Matrix aussteigst, kannst du auch, also wenn du nicht aus 3D aussteigst, kannst du auch nicht in 5D einsteigen. Oder? Ist eigentlich logisch. Ist genauso wie ich das bei einem meiner letzten Videos erzählt habe. mit einem Glas Wasser, das voll ist, mit dreckigem Wasser. Ja, das kannst du nicht mit sauberem, klarem, kalten Wasser nachfüllen, weil, ich muss lachen, kaltes, klares Wasser. Ja. Du kannst das nicht mit kalten, klarem Wasser nachfüllen, weil da noch dreckiges, warmes, schlammiges Wasser drin ist. Ja, das wird niemals klar, wenn du immer weiter Wasser drauf füllst. Du musst das Wasser, das dreckige Wasser wegschütten, weg damit. Ja, runterspülen. Und dann hast du Platz für kaltes, klares Wasser. Auch logisch, ne? Also, altes muss gehen, damit Neues kommen kann. Ja, Platz schaffen für Neues. Wenn dein Kleiderschrank voll ist, kannst du keine neuen Klamotten reinhängen, dann musst du was anderes aussortieren. Das, was nicht mehr passt. Und so kannst du das auch in deinem Leben sehen. Äh, Television. Auf Englisch, television. Heißt, erzähle ein Märchen. Ja, kann man so sagen. Uns was vorgaukeln. Und Nachrichten sind dafür da, damit wir uns danach richten. Und die Programme, Fernsehprogramme, sind dafür da, um uns zu programmieren. Ja, wir werden dadurch indoktriniert, programmiert, gebrainwashed. Ja, wir kriegen nur die halbe Wahrheit mit. Ähm, es wird uns die Wahrheit erzählt, aber nur zum Teil. Und wenn du die halbe Wahrheit nur mitteilst, dann manipulierst du schon. Und das ist das, was Fernsehen halt ausmacht. Clever, ne? Ah, hier kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr weiter. Da geht's, glaube ich, nicht mehr weiter. Äh, dann gehen wir einen anderen Weg. Obenrum. Ja, so ist es in Flussbetten. Da hinten war mal ein Wasserfall. Aber da kommen wir nicht hoch. Das Gleiche gilt auch für soziale Medien. Oder alle Massenmedien. Soziale Medien sind ja auch schon Massenmedien, ne? Ähm, die sind auch indoktriniert. Äh, du musst alles überprüfen für dich. Oder du musst nichts, du musst gar nichts, ne? Du solltest, ähm, alles in Frage stellen, was du konsumierst. Und dazu zählen auch soziale Medien, wie YouTube oder was auch andere dir schreiben. Ja? Auch was du in Büchern liest, ja? Weil du willst wissen, dass derjenige die Weisheit mit seinen Löffeln gefressen hat oder auch nur bezahlt wird, um zu manipulieren. Also, es geht ja immer ums Geld, ne? Jedenfalls habe ich auch mehr und mehr oder weniger und weniger, schaue ich mir Videos oder was anderes im Außen an, weil es ist auch eine Ablenkung. Ich brauche nicht noch mehr Wissen. Ich weiß genug, ja? Ja, äh, irgendwann hat man so viel Input, dann ist das Glas Wasser einfach voll mit Dreck. Ja? Und dann kannst du nichts Neues mehr aufnehmen. Und dann kommst du auch nicht in die Umsetzung. Es hält dich einfach fest in der Ohnmacht, weil du schaust dir das im Außen an und denkst dir die ganze Zeit, boah, wie schlimm ist die Erde, wie schlimm ist die Welt, und dann wirst du auch noch aufgehetzt oder, ja, dann gehst du zur Demo, gehst demonstrieren, lässt deinen Frust raus und beschwerst dich über das scheiß System, und kommst noch in einer niedrigeren Schwingung und Stimmung und verbreitest das auch noch und womöglich teilst du auch noch solche Inhalte ständig mit Leuten, die es auch schon eh wissen, ja, dann bringt das einfach nichts, außer dass du die niedrige Schwingung verbreitest und teilst. Okay, das ist nicht der Weg, um sich aus dieser Matrix zu lösen. Und auch nicht der Weg für den Aufstieg, genauso nicht. So, jetzt gehen wir hier mal runter. Das ist der Wasserfall mal gewesen, Trockenfall kann man jetzt sagen. Und jetzt gehen wir hier weiter. Natürlich kann man soziale Medien auch für sich nutzen, das mache ich ja auch. Zum Beispiel, um sich zu vernetzen, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten oder sich zu verabreden oder was auch immer, oder schöne Inhalte miteinander teilen, um die Schwingung hochzubringen. Ja, aber auch da sollte man sich selber Grenzen zeitlich setzen, sonst bleibt man da auch einfach dran hängen. Ja, und kommt nicht selber in die Veränderung oder das Leben wirklich zu genießen. Sondern das ist ja alles dann Theorie, 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 Input, Input, Input. Und dann ist das Glas auch wieder voll. Gehen wir weiter? Ja, zu den Demonstrationen. Ich sage nicht, geh nicht demonstrieren. Es ist sogar gut zu demonstrieren, also mitzugehen und sein Licht zu verbreiten, sich zu zeigen in Frieden, friedlich mitzugehen und zu zeigen, wie viele wir sind. Wir sind viele und wir werden immer mehr. Und du machst das nicht, um dich zu beschweren über das System. Body! Da läuft das schon wieder so weit vor. Habe ich vorhin schon gerufen. Du machst das nicht. Komm mal her. Da kommt der Body, der kleine Racker. Ja, so, jetzt bleib mal bei mir. Was hast du denn da? Okay. Gehen wir weiter. Komm. Also, du machst das nicht, um den Politikern zu zeigen, dass du da nicht mitmachst. Die werden sich sowieso nicht verändern. Die haben ein festgelegtes Marionettenspiel, das sie befolgen müssen. Und da wird sich dann auch nichts ändern, auch wenn du da mitläufst. Von deren Seite. Aber was bringt, ist, wenn du in Frieden mitgehst, als Vorbild, sage ich mal, für andere zu zeigen, dich zu zeigen und zu zeigen, wie viele wir sind, dann werden andere Menschen vielleicht hellhörig, die noch nicht das erkannt haben. Und dann denken die sich, okay, schau mal, warum laufen da so viele mit? Da scheint ja irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Und nur so kannst du Menschen auch erreichen. Menschen sind einfach Mitläufer, kann man sagen. Deshalb werden wir Menschen ja auch als Schafe, vom System, sage ich mal, oder auch in der Bibel, ist auch ein Massenmedium, als Schafe bezeichnet oder mit Schafen verglichen. Wie eine Herde, die den anderen hinterherläuft. Herdentier. Ich habe nichts gegen Schafe, aber ich identifiziere mich nicht mit einem Schaf. Vielmehr identifiziere ich mich jetzt mehr mit einem Hai, den ich letztens quasi am Strand entdeckt habe. Habe ich ja ein Video gedreht, Highlight. Mein Highlight, das hohe Licht, kann man auch sagen. Auf jeden Fall läuft der Buddy wieder so weit vor. Buddy, hey. Weil wenn ich filme, dann weiß er ganz genau, hier. Da guckt er mich hinten an, dass er dann da bleibt. Dass ich abgelenkt bin. Komm mal hier. Noch einmal, dann kommst du an die Leine. Hast du verstanden? Ja. Der kleine, ey. Der kleine Racker. Also, zum Hai will ich jetzt nicht so viel reden, erzählen. Auf jeden Fall werden wir ja mit Schafen verglichen. Und das stimmt auch teilweise für manche, die laufen einfach der Herde hinterher. Und wenn wir schon viele sind, die mit in einer Demonstration laufen, dann laufen die auch noch mit. Das ist der einzige Sinn von einer Demonstration. Und nicht, um den Politikern irgendwas zu verklickern und seinen Frust abzuladen und sich zu beschweren. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann beschwerst du dich. Also bist dann nicht leichter. Ja, dann belastest du dich mehr und mehr mit dieser niedrigen Schwingung. Das System zerlegt sich sowieso von selber. Ja, das ist der Plan sowieso. Dass nach einem bestimmten Drehplan, kann man auch sagen, wird das System jetzt heruntergewirtschaftet. Und die Politiker sind die Schauspieler oder Marionetten, wie man die auch nennen mag, die nach diesem festen Drehplan agieren. Ja, die machen das, was die oberen Firmen oder Konzerne oder auch Eliten da bestimmen. Ja, also langsam, aber sicher. Und das sieht man ja in der Finanzpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Energiepolitik oder was für Politik auch immer, Innenpolitik. Politik, Politik. Lass die Politik Politik sein. Wir haben sowieso keine Wahlmöglichkeit, auch nicht bei der Wahl. Ja, da gehen wir hin und werfen einen Stimmzettel in eine Urne. Woran erinnert dich die Urne? An deinen Tod, oder? Du wirst einen Stimmzettel in eine Urne. Das ist vielleicht auch kein Zufall. Also, ich habe ja vorhin angesprochen, wir sollten unser Konsumverhalten uns anschauen. Denn mit unserem Konsumverhalten unterstützen wir das, was wir konsumieren. Da, wo unser Geld hinfließt. Sei es in Ernährung, sei es in Information oder Input, was du dir reinziehst oder was du dir im Außen anschaust. Alles konsumierst du in dein System hinein. Also, hier habe ich jetzt gerade keine Streifen am Himmel. Kommt hier selten vor, muss ich sagen. Weil hier halt nicht so viel Flugverkehr ist, aber es kommt vor. Aber ich beschwere mich nicht, damit, damit habe ich jetzt gesagt, oder darüber. Ich beschwere mich nicht, weil ich daran nichts ändern kann. Weil wenn ich mich beschwere, dann belaste ich mich mit niedriger Energie. Dann senke ich meine Energie und meine Schwingung. Und das nützt mir nicht. Das nützt anderen vielleicht, aber mir nicht. Deshalb mache ich das nicht. Ja, genauso in der Ernährung. Ich ernähre mich bewusst. Einmal für meine Gesundheit, für meinen Körper. Leichte Nahrung, lebendige Nahrung. Also, nicht die Nahrung, die so verarbeitet ist im Supermarkt, die man da kaufen kann. Unnatürliche Nahrung, die total verarbeitet ist, sage ich mal. Mit unnatürlichen Zuckern und Fetten und irgendwelchen komischen E-Nummern und Konservierungsstoffen und, und, und. Also, indem ich das nicht kaufe, unterstütze ich das auch nicht. Aber es gibt genug Leute, die sich darüber vielleicht beschweren, aber trotzdem konsumieren. Das ist einfach eine Gewohnheit, von der viele auch nicht so einfach abkommen. Aber es ist eine Gewohnheit, wenn wir etwas erkannt haben, was uns nicht gut tut, dann sollten wir das auch lassen. Oder? Oder? Eigentlich auch logisch. Ja, wir gehen mal hier weiter, ne? Ja, mal komm. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe mein Leben vereinfacht. Also, mich Schritt für Schritt unabhängiger gemacht. So, freier. Dann ist es einfacher, quasi sich langsam da rauszuziehen. Also, ich wurde ja dann auch gekündigt und ich war zu dem Zeitpunkt schon recht frei, kann man sagen. Natürlich ist es für mich einfacher gewesen, weil ich keine eigenen Kinder habe und weil ich Geld gespart hatte und weil ich einen Camper schon hatte. Und auch erkannt habe, dass ich da leben kann und keine Kosten habe und dann ziemlich viel Geld an Miete und Nebenkosten einsparen kann und, und, und. Also, vereinfache dein Leben kann ich nur empfehlen, weil das ist auch viel Ballast. Einmal, was man so an materiellen Dingen so anhäuft in seinem Haushalt. Und zweitens auch an irgendwelchen Versicherungen oder, keine Ahnung, anderen Dingen, ja, Problemen von anderen, ja, die du dir zu deinen auch noch machst. Also, vereinfache dein Leben, ja. Das ist mein Tipp, ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, kann man nachsuchen in meinem Kanal. Weil dann bist du einfach flexibler, du fühlst dich befreiter, brauchst nicht so eine große Wohnung, ja, es tut auch eine kleinere. Und dann kannst du auch weniger arbeiten und hast mehr Zeit für dich. Zum Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Was noch zum Konsumverhalten zum Beispiel fällt mir noch ein? Also, ich gehe nicht wegen jedem kleinen Kopfschmerz zum Arzt oder wegen irgendeiner Kleinigkeit. Das reizt natürlich, wenn man sowieso Beiträge zahlt in der gesetzlichen Krankenkasse oder in der privaten, egal. Da kannst du dann zum Arzt gehen, ist ja alles dann frei und dann lässt sich einfach durchchecken. Das ist ja auch so gewollt. Deshalb sind ja auch die Beiträge so teuer, weil jeder Mensch das dann nutzt für jede Kleinigkeit und für jeden Schnupfen. Ja, wir müssen uns ja auch krankschreiben lassen, deshalb müssen wir auch schon dahin. Das ist ja logisch, ne? Und daher wird das ja auch dann unterstützt. Also ich mache das nicht und ich habe das auch vorher nicht gemacht. Selbst wenn ich Migräne hätte, würde ich nicht das machen. Also, vor allem irgendwelche Medikamente, die ich verschrieben kriege vom Arzt, die die Pharma auch noch unterstützt. Medikament. Ja, was heißt das? Also ich sage jetzt mal ganz kurz, das ist ja Lateinisch, kommt vom Lateinischen. Man kann es zweierlei auslegen und beiderlei, sage ich jetzt mal, ist es nicht so gut. Gut, sage ich jetzt, wenn ich das mal so bewerten darf. Kannst du mal für dich selber mal bewerten, wenn du möchtest. Me-di-ka-ment. Also, wenn man einmal das so schreibt, me und dann Leerzeile di-ka-ment, me und dann di-ka-ment, heißt, wo habe ich das aufgeschrieben? Sie werden mich töten. Ja, tipp das mal in Google Translate ein oder ich blende das ein. Dann kannst du me-di-ka-ment schreiben, also zweimal Leerzeile und dann heißt es, lüg mich an. Okay, ein Grund mehr, keine Medikamente zu nehmen, würde ich sagen. Und wenn du Migräne hast, zum Beispiel bei Kopfschmerzen, dann schau nach der Ursache. Woher kommt das eigentlich? Was ist der Grund? Und nicht Symptombehandlung. Ja, immer nur Betäubungsmittel drauf. Bumm, bumm, bumm. Also, ich habe ja doch selber die Verantwortung über meinen Körper, über meine Gesundheit, über mein Leben. Ich gebe die Verantwortung doch nicht ab an ein krankes System, das mich töten will oder mich anlügt, laut Medikament. Und, also, genau so, fällt noch ein, kaufe ich auch keine Produkte mit irgendwelchen Giftstoffen drin, dann kaufe ich doch lieber das ein, so wie es von Mutter Erde uns gegeben wird. Und, dann sehe ich, was drin ist. Na, nicht ganz. Da gibt es auch noch Pestizide. Und dann kann man auch noch Bio kaufen. Am besten man baut selbst an, dann weißt du nämlich ganz genau, was drin ist. Ähm, im Boden, beziehungsweise, was du da spritzt oder nicht spritzt. Ähm, ansonsten musst du ja vertrauen. Selbst wenn Bio ist, weiß ja, oder weiß man ja, das sind immer noch ganz viele Giftstoffe. Halt, äh, ein bisschen weniger, ja. Statt 500 sind es dann nur noch 100 oder so. Ich weiß es nicht. Aber so ähnlich, glaube ich, ist es. Ähm, die können uns auch krank machen. Ist halt doppelt so teuer. Ja, man kann den bewussten Menschen auch nochmal mehr mit Geld abknüpfen, dass sie mehr arbeiten müssen. Und, ähm, nie das, äh, nie die Möglichkeit haben, sich zu befreien aus dem Ganzen. Und, ähm, clever gemacht. Ja, also ich kann nur raten, ähm, entweder bei einem Bio-Bauernhof in seiner Nähe, einem kleinen Hof, ähm, seiner Wahl. Grauens, ähm, hinzugehen und die zu unterstützen. Unterstütze auch nicht den Flug, ähm, und, ja, Straßenverkehr. Ähm, ja, insgesamt, überleg dir ja zum Beispiel auch, wenn du dich über die Streifen am Himmel beschwerst, ähm, ja, was machst du dagegen? Ähm, fliegst du weniger dafür in den Urlaub? Oder, ähm, bestellst du weniger etwas von außerhalb, was hierhin geflogen werden muss? Oder kaufst du weniger? Ähm, musst du ja nicht bestellen, sondern kaufst weniger Sachen, die hierhin geflogen werden, ja, aus dem Ausland, weil sie da günstiger sind, von Kindern zum Beispiel irgendwie hergestellt worden sind. Ähm, also mit deinem Konsumverhalten kannst du das schon ändern. Wenn du die Sachen nämlich noch nicht mehr kaufst, dann gibt es auch weniger Flieger, weil es ja keiner mehr kauft, ja. Ja, irgendwo muss das ja finanziert werden. Wir, nur wir haben die Macht mit unserer Arbeitskraft, mit unserem Geld. Wir bestimmen, was wir kaufen und das unterstützen wir. Ja, was, ähm, noch können wir an unserem Konsumverhalten verändern? Also, ich zum Beispiel, habe mich von jeglichen Drogen losgesagt. Ja, ich rauche nicht, habe ich nie, habe ich noch nie gemacht. Äh, ich trinke keinen Alkohol mehr und ich, ähm, nehme auch keine bewusstseinserweiternden Mittel mehr. Ja, habe ich schon hinter mir, äh, und meine Erfahrungen damit gemacht. Und das war auch gut so. Aber dann war es Zeit für mich, das auch zu erkennen, dass es eine Sackgasse in meinem Leben ist und mich an dieser Matrix festhält. Denn diese Drogen, egal welche Art von Drogen, ist halt ein Teil von dieser Matrix. Und, ähm, in 5D gibt es das nicht, ja. Da braucht keiner Drogen. Äh, Drogen, egal, bewusstseinserweiternde oder, ähm, betäubende Mittel, ähm, sind einfach eine Flucht aus der 3D-Realität, sage ich mal. Oder ein Betäuben oder ein, eine, äh, Verschleierung, eine kurzweilige Vergnügung, eine Verführung. Ähm, ähm, ja, das sind alles so Begriffe, so teuflisch. Ähm, ähm, Vorgaukelung, kann man auch sagen, äh, einer besonders schönen Realität, ähm, aber danach fühlst du dich wieder irgendwie so runtergezogen, nachdem, äh, nachdem, äh, der Trip vorbei ist. Äh, oder fühlst du dich schlecht, ja, weil, wenn du zu viel, äh, gesoffen hast. Ähm, oder beim Rauchen machst du dich auch noch mega abhängig. Ähm, beim Alkohol genauso. Äh, viele sehen das nur nicht. Äh, zerstören aber ihr Leben damit. Ähm, ähm, das ist einfach, äh, macht das, äh, psychisch jemandem kaputt. Äh, äh, und es geht auch noch ins Geldbeutel. Du musst dafür wieder arbeiten und deine Lebenszeit, äh, reinhängen. Und du unterstützt damit, mit diesen, äh, Geldern, äh, durch dein Konsumverhalten entsprechende Industrien und damit werden auch vielleicht auch wieder Kriege finanziert. Also, oder andere Dinge, die zu dieser Matrix, zu diesem System gehören. Ähm, also, ähm, mein Tipp, wenn du dich aus der 3D-Realität, ähm, lösen willst, dann befreie dich bewusst aus, von diesen jeglichen Mitteln, äh, die du nicht brauchst. Genauso wie auch andere Sachen, wie Coca-Cola oder so, oder, ähm, Fanta oder, ähm, keine Ahnung, wie diese ganzen Getränke heißen, weil ich trinke sie ja nicht. Ich trinke nur Wasser und Tee. Das alles. Ja? Ja, und das meistens vom Berg, das Wasser, Quellwasser, was ich kriege und mir dann abfülle. Lebendiges Wasser, nicht das tote Wasser aus der Leitung. Ähm, wenn ich das habe, okay, dann informiere ich das sowieso. Ich informiere das immer, indem ich das segne, äh, mit Licht und Liebe und Dankbarkeit und, ähm, oder mit bestimmten Symbolen oder Kristallen. Also, man hat da auch verschiedene Möglichkeiten, sein Wasser zu informieren mit hochschwingender Information. Noch ein Wort zu den, ähm, bewusstseinserweiternden Mitteln, ähm, ähm, ja, sie halten uns auch fest, ne, also das ist eine Sackgasse, ähm, denn wir kommen raus aus unserer Schöpferkraft, ja, wir sind dann so passiv, dass wir, ähm, einfach nix machen, ja, äh, das ist nicht die Lösung, ähm, komm raus aus unserer Schöpferkraft, wir gehen nicht voran, wir verändern nix, wir machen immer das Gleiche, immer wieder nehmen wir diese Mittel ein, ähm, weil sie uns vermeintlich gut tun, aber, ähm, ähm, äh, es hält uns einfach ab, es ist eine einfache Ablenkung, kann man sagen, vom Ganzen. Und, ähm, ähm, ich kann darüber ja reden, weil ich ja selbst die Erfahrung gemacht habe, und erst seitdem ich mich davon wirklich losgesagt habe, obwohl ich dann noch zu dem Zeitpunkt dachte, ja, es ist super und so, ne, ähm, habe ich dann auf einmal meine, äh, Heilerkräfte entdeckt, meine Heilerkräfte, also nicht nur Selbstheilungskräfte, die kamen natürlich auch, aber auch Heilerkräfte, ich kann Energien senden, die Menschen erhalten zur Heilung, ganz einfach, ich habe es schon mit mehreren Leuten ausprobiert, und es hat bisher immer direkt funktioniert mit diesen Menschen, ähm, kann Zufall sein, aber ich werde irgendwann vielleicht mal ein extra Video dazu machen, wenn ich mehr gesammelt habe, ja, oder ich mache nochmal eine Live-Meditation oder was auch immer, ich weiß es noch nicht, Ich habe ja schon mehrere gemacht, ähm, und Energien auch ausgesendet, die Menschen auch, äh, gespürt haben, und auch was sie bewegt hat, oder Blockaden gelöst hat, oder was auch immer. Ähm, warum sage ich das? Es ist irgendwie zu der gleichen Zeit passiert, ja, dass ich diese Gabe in mir erkannt habe, Ich schätze mal, dass sie dann freigeschaltet war, äh, weil ich mich von gewissen Substanzen losgesagt habe, die mich in meinem Bewusstsein, äh, ähm, beeinträchtigen, die mich vereinnehmen können, und wo ich dann nicht in meiner eigenen Kraft war, sondern die Kraft aus einer Substanz heraus immer gesucht habe, und, äh, das ist nicht der Weg, und das habe ich jetzt, äh, mehr und mehr erkannt, seitdem ich, äh, davon befreit bin. Ich habe nichts genommen, ne, also, äh, auch wenn das manchmal so aussehen mag, äh, war das Leben, ist meine Droge, und, äh, ich bin schon fast süchtig danach. Ach, herrlich, oder? Ist doch nicht schön hier. Ach, ich liebe das. Ich liebe mein Leben, kann man sagen, ähm, mittlerweile. So, was kann man noch sagen? Was habe ich noch losgelassen? Ich habe den Kampf losgelassen. Äh, ich kämpfe nicht mehr in der Matrix, äh, weil es hält mich an der Matrix. Ich kämpfe auch nicht mehr gegen die Matrix. Äh, habe ich ja in einem Video meiner letzten Videos erzählt, ähm, kurz nach Sonnenfinsternis habe ich das gemacht. Ich habe den Kampf losgelassen, ja, zu Sonnenfinsternis, äh, kann man ja besonders gut manifestieren. Und ich habe mir eine neue Welt manifestiert, für mich, wo ich hin möchte. Und zu Sonnenfinsternis sollte man auch Altes loslassen, was daran einen hindert. Und da dachte ich mir so, ja, äh, ich kann das ja nicht predigen und dann weiter im System kämpfen. Ja, irgendwie passt das ja zeitlich auch so zusammen, ähm, dass ich jetzt den Kampf loslasse. Ich muss den Kampf jetzt loslassen. Und danach habe ich mich so befreit gefühlt und energetisiert, kann man fast sagen. Äh, mir geht es seitdem deutlich besser. Ich habe wieder ein Brocken an, äh, Ballast, äh, von mir geworfen. Weil, warum sollte ich noch kämpfen? Es geht darum, um eine alte Arbeitsstelle. Ähm, da habe ich noch, äh, gegen vorgehen wollen, um noch Entschädigungen oder was anderes da rauszukriegen. Aber es geht mir gar nicht mehr darum. Also, ich muss nicht darum kämpfen, wegen meinem Ego, um das zu befriedigen. Ich muss auch nicht kämpfen, um mehr Geld zu haben, ja. Äh, ich muss auch nicht darum kämpfen, um wieder da arbeiten zu dürfen. Nee, also ich brauche das nicht. Daher habe ich den Kampf losgelassen. Ich, äh, kämpfe vor allem nicht mit den Mitteln des Systems, äh, weil, äh, das System hat, äh, stellt diese Mittel ja bereit. Äh, äh, es ist einfach kein Rechtsstaat, ja, wo man dann, äh, horrende Preise für einen Anwalt bezahlen muss und fürs Gericht. Da wird man ja vorher arm, bevor man vielleicht, eventuell, äh, da Gelder rausholen kann. Daher habe ich das gelassen. Dann, äh, habe ich auch die Wut losgelassen, den Ärger, den Zorn, äh, meine Ängste, äh, was haben wir noch? Das sind alles niedrige Emotionen, niedrige Schwingungen, die uns an der Matrix halten. Ähm, was habe ich noch? Ja, das hatte ich eigentlich nie, aber ich kann Leuten empfehlen, äh, auch Neid und Missgunst loszulassen. Denn das sind einfach, ähm, ähm, sag ich mal, Emotionen, die dir selber schaden, indem du was aussendest, das kommt immer wieder zurück. Das nennt man Karma. Das kommt alles tausendfach zurück. Irgendwann wirst du vor dem Gericht Gottes stehen und dann, ja, sieht's da anders aus. Dann musst du noch mal vielleicht eine extra Runde drehen. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht nützlich, um in 5D aufzusteigen, wenn man das möchte. Also alte Gewohnheiten kann man loslassen, ne, habe ich ja schon gesagt, welche, und, ähm, Glaubensmuster, die man anerzogen bekommen hat vom System oder von der Schule oder von der Gesellschaft oder von den Eltern, vom Außen, ja, äh, limitierende Glaubenssätze kann man auch sagen oder negative Glaubenssätze, die dich klein halten oder, ähm, ja, das sind alles Dinge, die aus der, äh, Vergangenheit kommen. Als Kind ist man besonders empfänglich, weil da ist ja das Glas noch ziemlich leer. Und dann füllt man das auf mit diesen ganzen Energien und, äh, denkt dann nachher, das ist, das bist du selber, das sind deine Gedanken, aber das ist ja gar nicht, das bist du dann nicht. Äh, wenn du dich mit deinem Partner dann streitest, dann streiten sich zwei, äh, kleine Kinder, also euren, eure inneren Kinder, verletzten Kinder kann man sagen, oder, äh, eure Eltern oder die Gesellschaft, ja, alles das, was du dir im Außen so angenommen hast, für dich. Was habe ich noch losgelassen? Ich, ähm, habe losgelassen, ähm, das Recht haben wollen, den Streit, ähm, Profitgier, beziehungsweise immer mehr haben zu wollen, immer mehr Geld anzuhäufen, ja, äh, für Dinge, äh, die ich nicht brauche. Also, das Einzige, was ich brauche, ist Zeit. Und die habe ich jetzt. Da brauche ich nicht noch mehr Geld für. Und, äh, ja, kann mich voll und ganz auf mich selbst konzentrieren und auf meine Hunde, ne, die Buddy da oben, die Gordi hier unten, ne? Ich habe übrigens eine liebe Freundin, ein Medium, der lieben Walli, gefragt, ob sie die geistige Welt fragen könnte, ähm, bei dem Channeling oder Trance-Speaking, wie auch immer, ähm, was sie uns rät, was wir tun können, um uns von, äh, von der Matrix zu lösen. Und sie hat mir das, ähm, eine Sprachnachricht geschickt, zehn Minuten lang, eine Sprachnachricht, das ist jetzt eigentlich zu lang, um das jetzt noch dran zu hängen, an diesem Video, äh, weil ich, äh, jetzt schon über der halben Stunde bin, ähm, ich werde es in meinem Telegram-Chat, den Link findest du in der Videobeschreibung, teilen. Werde nur ein paar, äh, Worte dazu, ähm, jetzt hier verlieren. Und zwar haben sie gesagt, und das fand ich auch mega, äh, lasse die Erwartungen los. Nicht an andere, sondern an das, was kommen mag. Erwarte nichts. Ja, das hält dich auch an der Matrix fest, indem du erwartest, wie das andere sein wird, oder so. Also, äh, du darfst natürlich dir was vorstellen, aber nichts erwarten. Ähm, das haben sie auch gesagt, wenn jemand zum Beispiel keine Möglichkeit hat, ähm, sich zu lösen, so wie ich ja zum Beispiel, von manchen Dingen, von manchen Dingen kannst du dich auf jeden Fall lösen, ne, das kann jeder, sein Konsumverhalten verändern. Aber jetzt so, sag ich mal, manche sind sehr abhängig schon vom System und können sich nicht einfach so von heute auf morgen davon lösen. Das geht nur Schritt für Schritt, ja, ähm, indem man sein Leben lang, äh, nach und nach vereinfacht, sich, ähm, selber um seine Gesundheit kümmert, und so weiter, dann kannst du dann auch weitere Schritte einleiten. Also, wenn du das noch nicht kannst, dann kannst du auf jeden Fall dir schon mal vorstellen, wie du dich von dieser Matrix löst. Unsere Vorstellungskraft ist so stark, sie bewegt auch Berge, ja, dein Glaube versetzt Berge, sagt man ja, und das ist Manifestation, das ist Schöpferkraft. Wir dürfen unsere Schöpferkraft nutzen, ja, ähm, wir sind so erzogen worden, dass wir denken, wir könnten nichts machen, ja, wir werden immer klein gehalten, ja, äh, wir sind Sünder und, ähm, wir sind schuldig und, äh, wir sind nicht frei und wir müssen die Regeln befolgen und, äh, wir dürfen keine Widerworte geben, ja, oder was auch immer. Nein, wir sind kraftvolle, machtvolle Schöpferwesen, äh, göttliche Schöpferwesen von Gott erschaffen und, äh, haben mächtige Helfer an unserer Seite, ja, ähm, himmlische Helfer, sage ich jetzt mal. Und, ja, und in diesem Channeling, ja, geben die uns weitere Tipps auch noch. Interessant ist, ich habe gestern eine Schlange entdeckt, ich blende die mal kurz ein, und zwar, äh, waren wir ja so am Strand zwischen den Dünen und, ähm, der, äh, der Gordi und Buddy haben dann gespielt und, äh, Gordi ist dann über die Schlange hergelaufen, die Schlange war ganz regungslos, wie so ein Stock lag die da, tot, äh, Gordi hat die gar nicht bemerkt, wie so oft, wenn wir wandern gehen, läuft der mal, äh, drüber und wenn ich komme, dann entdecke ich die Schlange oder die huscht, huscht gerade über meine Füße und die, die war dann ganz regungslos und, ähm, dann, nach einer kurzen Zeit fing sie dann wieder an, sich zu bewegen und dann wollte der Buddy kommen und, äh, dann habe ich gesagt, hör, ne, 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 na, dann ist sie abgezischt. Äh, die Schlange, die steht übrigens für Heilung, für Transformation, für Erneuerung und fürs Loslassen, denn sie lässt auch ihre Haut los, das Alte streift sie ab, was ihr nicht mehr dient und als Krafttier, Schlange, gibt sie uns diese Botschaft, das zu tun, ja, das auch zu tun, das, was uns nicht dient, abzustreifen und sich zu erneuern und weiterzuentwickeln und, ähm, wie es auch dann so sein soll, bekomme ich dann wieder ein Zeichen vom Universum, dass das kein Zufall war und heute Morgen entdeckt der Gordi eine abgestreifte Schlangenhaut und ich denke, was ist das und so und ich gehe da hin und gucke, ich bin jetzt extra nochmal in diese Steile zurückgegangen, um euch die zu zeigen und zwar und zwar und da unten geht's weiter. Dann möchte ich noch zu dem Channeling, was sie Walli mir geschickt hat, eine Botschaft noch mitteilen. Sie hat vorher eine Karte gezogen aus einem Kartendeck und zwar hat sie Lebensfluss gezogen. Vertraue dich dem natürlichen Strom des Lebens an. Und, ja, da in dieser Botschaft, die teile ich auch in meinem Telegram-Chat. Ganz kurz zusammengefasst wird da geschrieben, ja, sei wie das Wasser. Also, wenn es verschlampt, dann kann es nicht fließen und friert auch schneller, wenn es blockiert ist, wenn es nicht fließt, ja, dann steht das Wasser und kann einfrieren, wie ein See. Aber im Fluss, der fließt, der stetig fließt, der bleibt stetig in Bewegung und in der Veränderung und, ja, wählt auch immer den leichten Weg, ne. und so kann man sich das auch vorstellen. Wir bestehen ja zu 70 Prozent ungefähr aus Wasser und, sei wie Wasser, ja, gibt ja so einen Spruch. Ich weiß nicht, ist der von Bruce Lee? Ich glaube, so etwas Ähnliches hat er auch mal gesagt. Keine Ahnung. So, und jetzt möchte ich aber zum Abschluss kommen mit einem Zitat von Oscar Wilde, blende ich auch gerne ein. Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, damit wir das Leben finden, das auf uns wartet. Und das passt auch wieder so sehr zu dem Thema und wurde auch von einer lieben Abo-Freundin in meinem Telegram-Chat geteilt. Also, da wurde noch viel mehr geteilt, das mir bestätigt hat, heute ist dieses Thema auf jeden Fall dran. Okay, meine Freunde, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren mit meinen Gedankengängen. Ich möchte noch ein letztes Abschlusswort sagen, und zwar tue nichts, weil du denkst, es tun zu müssen. Okay? Das ist alles. und wünsche euch hiermit alles Liebe und Gottes Segen und ja, einen guten Ausstieg und Aufstieg. Ausstieg, wie im Titel, von 3D zu 5D. In diesem Sinne, wir sehen uns in der 5D-Realität. Alles Liebe und tausend Küsse, euer Adel, der Reisende.